Also, hallo Herr Bayer. Wir machen heute ein Interview über die UNESCO und ich bitte Sie, sich erst mal vorzustellen. Mein Name ist Franz Bayer. Ich wohne hier in der Nähe, in der Kreisstadt Annaberg. Und ich habe mein Berufsleben im Bergbau in dieser Region verbracht. Und wissen Sie überhaupt, was UNESCO ist? Und wenn ja, was ist Ihre Meinung dazu? Natürlich. Und jetzt in meinem jetzigen Rentnerdasein habe ich ja schon reise viel, habe viele Weltkulturalbestätten schon live gesehen und bin also hoher Freund, dass diese Region, in der ich eigentlich mein berufliches Leben absolviert habe und die ja von Bergbau geprägt ist, über die Ländergrenze hinweg bis zu unseren tschechischen Kollegen, Und deswegen, dass diese Städten, diese alten Bergbaustätten, die über Jahrhunderte zurückreichen, jetzt aufgenommen werden sollen, das wäre auch für mich ein herzlichen Wunsch. Also, können Sie uns etwas über die Entwicklung der Technik sagen? Wichtige Änderungen oder sowas? Jawohl, das kann ich, weil ich sie vor Ort selbst erlebt habe, wie gesagt, vom Lehrling als Hammer, später bis zum letzten Zeitpunkt als Chef der Rattung, habe ich die Entwicklung des Bergbaus im Erzbergbau, muss ich betonen, also live miterlebt und auch gehandhabt. Wie war Ihre Karriere im Bergbau? Die Karriere finde ich sehr hochdrundend. Ich meine persönliche Entwicklung, die begann als Lehrling in der Bergstadt Freiberg. Da war der Bergbau in Freiberg noch in Blüte. Es wurde auf Bleierz gebaut und man hatte eine Betriebsberufsschule gebaut für 350 Bergbaulehrlinge. Heute gar nicht mehr vorstellbar in dieser Region, aber es war so. Und dort bin ich als 14-Jähriger in die Lehre gegangen und habe mich für den Bergbauberuf entschieden und habe mich ausgeführt bis zu meinem Rentnerdasein. Gab es eine Rettung mal für Sie? Mussten Sie jemanden retten? Ich habe auf die Gefahren des Bergbaus hingewiesen und es blieb nicht aus, trotz aller Unfallvorschriften und was es alles gab, dass es zu Unfällen kam. Und deshalb gab es auch diese Rettungsmannschaft. Wie bin ich an die Rettungsmannschaft gekommen? Ich habe als 18-Jähriger ausgebildeter Hauer, habe ich vorhin gesagt, einen Unfall miterleben müssen und hatte bis dahin nur eine Ausbildung als junger Motorradfahrer in erster Hilfe. Gibt es auch heute noch, nehme ich an. Ja, gibt es noch. Doch. Also erste Hilfe leisten müssen wir als Kraftfahrer, ja. Jeden Tag kann es uns passieren. Und ich bin dazu gekommen zu einem Sprengunfall. Als junger Hauer habe ich noch nie vorher einen schweren Unfall gesehen. Und der Mann, ich konnte mithelfen. Wir waren ganz entlegen in einem Grubenfeld. Ich konnte mithelfen, diesen Mann zu bergen. Der Mann hatte einen Arm verloren. Der Mann hatte schwerste Splitterverletzungen im Gesicht, ein Auge verloren, aber er lebte und musste gerettet werden. Über 60 Meter in die Tiefe, um dort über 1000 Meter bis zum Schacht gebracht zu werden. Im Schacht nach Übertage in Deutschland, der Krankenwagen, der damals 30 Kilometer ins Unfallkrankenhaus nach Chemnitz gefahren ist. Ende der Geschichte. Positiv. Dieser Mann hat überlebt. Schöne Geschichte für mich. Im Nachgang der Auswertung wurde von dem damaligen Leiter der Rettungsstelle an mich herangetragen, die Kollegen haben für dein Handeln dich vorgeschlagen, in unserer Wehr mitzuarbeiten. Es gab also damals schon demokratische Verhältnisse. Wenn alle Angehörigen, die auf der Wehr zugestimmt haben, dann wurde ein neues Mitglied aufgenommen. Durch diesen Unfall wurde ich Mitglied und 20 Jahre später war ich der Chef von dieser Vereinigung und habe mausgeblich dazu beigetragen, dass vier Menschenleben gerettet wurden, wo ich aktiv dabei war, Verschüttungen, Abstürze und habe in der breiten Palette von der Brandbekämpfung bis zur Rettung und Bergung aus Höhen mit Seiltechnik und alle Varianten der Rettung mitgemacht und bin heute eigentlich ein wenig stolz darauf, dass ich mich dieser Aufgabe so intensiv gewidmet habe, junge Leute ausgebildet, die das später fortgeführt haben. Leider musste ich auch meinen eigenen Betrieb mitschließen, aber das ist ein anderes Kapitel. Dann danke schön für Ihre Zeit und dass Sie mir die Fragen beantwortet haben. Kein Problem, wenn ich dich nicht halten könnte.